Ja, Oxenhausen gegen Grenzau. Endstand 2 zu 3. Es war ein spannendes Match bis zum Schluss auf Augenhöhe. Dubo, was sagst du zum Spielverlauf? Okay, ich denke, es war ein guter Match. Eine gute Präsentation von Palderano. Ghosi hat auch gespielt. Bis zum Schluss mit Pule, das letzte Match. Es war fantastisch. Im Endeffekt haben wir nicht passen. Es ist okay, es ist schwer. Ein paar Tage in der Tscheche für die Champions League. Jakub habe ich gespielt, weil ich ihn ein bisschen 3 machen möchte. Denn oft verliert er das Match Nummer 3. Ich kann nichts sagen. Er spielt gut. Aber im Endeffekt hat er zu viele einfache Fehler gemacht. Ein wirklich einfacher Fehler. Das muss man normalerweise verstehen. Das ist der Grund, warum wir das Match verlieren. Vielen Dank, Dubo. Danke. Ja, Ochsenhausen gegen Grenzau. Endstand 2 zu 3. Dirk Wagner, der Trainer bei uns. Sind Sie mit dem Team zufrieden? Was sagen Sie zum Spielverlauf? Und haben Sie mit so einem Spiel gerechnet? Erster Teil der Frage. Wenn wir jetzt nicht zufrieden wären, dann würden wir schon einen Arroganzanfall haben. Natürlich sind wir zufrieden. Das war eine sehr, sehr starke Leistung. Die haben wir hier und da ein bisschen vollmundig am Anfang der Saison auch zum Besten gebracht. Dass wir in der Lage sind, die Mannschaften zu schlagen. Heute hat es geklappt. Wir freuen uns ja drüber. Ja, im zweiten Teil der Frage war es jetzt. Ja, ob Sie mit so einem Spiel gerechnet haben? Wir haben gehofft, in einer gewissen Konstellation, so wie Ochsenhausen heute spielt, haben wir schon gehofft, dass wir eine kleine Chance haben. Ja, wir haben so den einen oder anderen Spieler, wo wir uns nicht so wohl fühlen. Aber wir haben zwei Partien, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Das wussten wir vorne rein. Wir haben gehofft, dass wir die etwas früher kriegen. Es hat nicht geklappt. Aber die viele haben eine super Moral bewiesen. Und unser Kollege hat heute, wie auch schon letzte Woche, einen fantastischen Job gemacht. Gut, vielen Dank. Danke schön.